Von meiner Buchserie, die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis, möchte ich dir gerne heute den fünften Band vorstellen. Das ist ein Band, da geht es über Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist der Tag des Posaunenblasens, oder besser der Tag des Schofa-Blasens. Es ist ein außerordentlich interessanter Tag für uns, weil heilsgeschichtlich betrachtet ist er das Nächste, was in Erfüllung gehen wird. Es ist das Nächste, was geschehen wird. Die Heilsgeschichte hat mit den drei ersten Festen im Frühjahr begonnen, dem Passerfest und den Festen, die damit verbunden sind. Dann, einige Wochen später, kam es zum Pfingstfest und danach kam eine lange Zeit über den Sommer, die trockene Sommerhitze. Doch jetzt, zu Beginn des siebten Monats, kommt Rosh Hashanah, der Tag des Posaunenblasens. Und mit ihm beginnt in kurzer Folge eine ganze Reihe von weiteren Festtagen. Rosh Hashanah ist heilsgeschichtlich gesehen der Tag der Wiederkunft Jesu. Und es ist außerordentlich interessant, was die Festtradition des Judentums und das, was Gott im Alten Testament anordnet, zu diesem Tag tatsächlich prophetisch zu der Wiederkunft Jesu zu sagen haben. Weißt du, es geht um das Schofa, um dieses Horn, das Widerhorn, das geblasen wird. Die erste Erwähnung des Widers in der Bibel ist bei der Opferung Isaaks, wo Abraham ihn opfern soll, von Gott angeordnet. Und Abraham geht, will seinen Sohn opfern, da auf dem Berg Moriah. Und es kommt nicht dazu, weil Gott einen Widder schickt, der dort dann stattdessen geopfert werden kann. So spricht der Widder für das stellvertretende Opfer. Jahrtausende später, nur wenige Schritte entfernt, hat Gott seinen Sohn geopfert. Und da gab es keinen Widder, der als stellvertretendes Opfer einspringen konnte, sondern Jesus ist gestorben für uns. Der Vater hat ihn selbst hingegeben und er hat damit alle Schuld aller Menschen, aller Zeiten auf sich genommen. Du siehst diesen Zusammenhang zwischen Alten Testament und Neuem Testament, zwischen diesem Prophetischen, was damals mit Abraham und Isaac war und dem, was viele, viele Jahrhunderte später dort auf Golgatha geschah. Dieses und viele andere Aspekte findest du in diesem Büchlein über Rosh Hashanah, das ich dir wirklich empfehlen werde, weil es wie gesagt das Fest ist, was heilsgeschichtlich als nächstes kommt. Und eine Botschaft dieses Festes ist ganz deutlich. Und die lautet, Gott hat mehr für dich.